Der Zusatz MT, Micro-Trenching bedeutet, was hat das? Mit Micro-Trenching wird das Verfahren zur Verlegung von Rohren für Glasfaserleitungen beschrieben. Mittels Schneidtechnik werden schmale Schlitze in das faltierte Oberfläche eingebracht. Mit dem C50-30MT ermöglichen wir dem Kunden, Schnitte in einer Breite von 30 mm und einer Tiefe von 300 mm zu realisieren. Die Micro-Trenching-Technologie bietet als Verfahren zur Verlegung von Glasfaserleitungen in Straßen und Wegen eine Möglichkeit für den kosteneffizienten und schnellen Breitbandausbau. Ohne alles aufreißen zu müssen. Jawohl. Warum gerade jetzt diese Entwicklung? Ja, diese Technologie ist in Skandinavien schon lange populär. Aber jetzt beginnt auch der deutsche Markt, sich für dieses effektive Verfahren zu öffnen. Und die großen Kommunikationsanbieter zeigen sehr starkes Interesse.